Ich habe das Portal HOMIMED deshalb mit initiiert, weil gerade die Therapievielfalt im Gesundheitswesen gefragt ist und in vielen Praxen Homöopathie und Naturheilverfahren integrierter Bestandteil der Therapie sind. Es ist nur schade, dass im Bereich der Heilpraktiker in vielen Fällen eine onkologische Ausbildung in Kombination klassischer Medizin und homöopathisch-naturheilkundlicher Medizin nicht zusammengetan wird, sondern es ist wichtig, dass wir hier in diesem Bereich zweigleisig fahren und ich deshalb sehr Wert darauf gelegt habe, dieses Portal HOMIMED zu gründen, um mit beiden Therapieformen zu zeigen, dass sich die eine Therapie mit der anderen ergänzt.